Ich bin krüppel, ich kann nicht mehr laufen und ich hab wahnsinnige Schmerzen. Willst du einfach mal deine scheiß Pfandflaschen hier rausrollen? Das hat man mit einem Glas angefangen. Und irgendwann wurde es eine Flasche und jetzt machst du sogar schon die zweite auf. Mona trinkt sich gerade zu Tode. Alina ist in der Stadt. Sie will uns für ein paar Tage besuchen kommen. Wer zum Teufel ist Alina? Was machst du? Ich bin sowas wie ein Künstler. Ah ja? Und die wohnt jetzt bei euch, ja? Ja, das tut sie. Alter, erzähl keinen Scheiß. Boah, doch. Wirst du dann nicht irgendwie dauergeil, wenn die die ganze Zeit den Hotpants vor dir rumhopst? Es wird alles gut, Mona. Versprichst du mir das? Die Kleine wird dir noch das Genick brechen. Immer wenn ich nach irgendetwas frage, reagierst du genervt. Bist du für Hannah da, wenn sie dich braucht? Nicht jetzt, junge Dame. Ich hab's wirklich eilig. Das Einzige, was du kannst. Ist dich durchschmarrn. Wo ist Papa? Warum hast du nun gar nicht angerufen? Ich hätte so gern einfach nur eine Emotion von dir. Schrei mich doch, Felix, Mann! Scherz. Iss ja, kommst du? Kommst du? Kommst du? Was ist da? �만 an me Ổ prše? Wästi wiederuch. Untertitelung des ZDF, 2020